so leute und willkommen zu einer weiteren folge let's test shoot mania mit dabei ist auch der dave dieses mal hallo ja wer ist der dave den hatten wir noch nie in einem video das ist ja willst du dich eigentlich vorstellen klassenkamerad von lukas freund und helfer ja und das wird jetzt wahrscheinlich recht lustig weil wir immer gut labern können wir haben uns jetzt schon ein server ausgesucht ist schon drin ich gehe jetzt auch ein okay beitreten ich hoffe dass ich jetzt nicht wieder zuschauer bin oder du hoffentlich nicht wir spielen wieder battle waves also ich bin zum ersten mal ja ja genau er spielt das ist zum ersten mal ich habe ja gestern schon zwei folgen aufgenommen auch so was sprechen mit ihm sprechen aber das wird lustig bewegen falltassen wenn ich mich ja nicht kennt ja alles naja klar ja bitte was habe ich noch erklärt also läuft schon okay ich bin jetzt schon ich bin im verteidiger team team rot als glaubwarte bei mir letzter noch oder er hängt halt geht langsam weiter aber ich bin und ich bin team er wird der kognitiert kommt mit mir was alles klar ja ich bin nicht in einem team ich bin blau ich hab mal ein paar auf dem Sack junger komm her ja mach auch h schade ich schon erwischt kann man doch irgendwie laufen ne also sprinden ne kannst du nicht ich glaube ich mag das spiel jetzt schon ich glaube ich mag das spiel jetzt schon wo bist du ich will dich kennen irgendwie wurde ich gerade gewonnen hätte das finde ich nicht so nett ja noob ne ja du noob alter verwirklich die ganzen schläge ab ey oh junger wer ist da grotesk komm was hast du jetzt achso du hast hast das traurbild ne traurface ich hab das traurface ach du heißt Nackensteak ne ja junger ich war und da ist er gestorben aber nicht von mir leider jetzt ehrlich ne nicht von mir oh gut ey junger ich will dich einmal das geht doch nicht dass ich ja wir haben ja noch ein paar runden vor uns aber das sieht das sieht so aus als würdet ihr das gewinnen ey außer wenn wir jetzt noch kurz drei sekunden durchhalten das ist egal also wenn man leertaste gedrückt hat springt man so mega geil ne ja ja man alter sie ownen nein alles klar verdammt warum sind wir denn schon wieder im verteidigerteam ey was für eine scheiße da waren wir gerade mal kurz im angreifer-team und da kommen wir nicht rüber um anzugreifen ey irgendwie da muss man richtig so vorhersehen ne ja ja genau weil die Schüsse einfach gnadenlos durchfliegen das ist geil also boah verdammt wie schlecht ich bin ja nix neues wie bei trackman ja die Schnauze ok alles klar ja boah boah und so los ich bin die map scheiße wo bist denn du ey ich kämpfe grad gegen irgend so nen scheiß buchen also nicht gegen mich jawoll den hab ich schon mal ich sehe ja deinen deinen gelben namen dann ah jungen nein das verreckt ja ja franzosen weißt was das für ne schande ist ja vielleicht war das ja der entwickler und scheiße wir waren im angreifer-team und ich hab's nicht gecheckt scheiße ich hock da mal noch rum ey boah wir haben so nen gammel-team auch ey und wenn du ja noch franzosen war oh man ey so ne scheiße da musst du durch ne boah jetzt wurde ich schon wieder gestochen ey jetzt sind wir wieder im angreifer-team aber die sind so weit weg ey oh was kann man auch irgendwie machen dass die schüsse oder so schneller fliegen ne du kannst höchstens es gibt manchmal so passagen wo du deine waffen wechseln kannst wie gut die sind oder wie schlecht weiß ich aber nicht und kriegst du eben nur an bestimmten stellen da bist du und ich will dich haben ich bin schon wieder tot ach da ja ich seh da ne leiche ja danke ich hab die jetzt gleich ne Schatz die leiche verschwindet doch sofort wieder ja das wird ja das wird nichts mehr jetzt in 3 Sekunden endet die runde endet die komplette runde und wir haben verloren scheiße ja und wo bin ich jetzt hier ah ne wir sind ja auch ein bisschen später reingekommen deshalb ja 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 ich sehe mich da jetzt zum beispiel gar nicht das sollte in zukunft anders sein ey wir sind ich bin Platz 31 du bist Platz 32 guck da sie mal wieder ja alles klar go team go das ist doch das bessere team gerade na komm jetzt holen wir auf guck wenn man sich hier schon made to kill nennt ne boah alter boah der muss richtig bad ass sein alter na auf jeden fall haha alles klar na komm alter da kommen sie mir entgegen ey wie spaßtis kanns ja nicht wahr sein ey kann ja nicht wahr sein ey komm bitte angreifer team ey was ist das für ne kack waffe ey ja jeder hat die gleiche waffe jetzt ist ja kein bock bis hier ja ne jetzt haben wir so viel komisch oh nein verteidiger jetzt haben wir schon wieder verloren ey der erste der angreifer ist hat meistens gewonnen jetzt hab ich so ne komische kreiswaffe hier die so kreise verschießt ach so ja wenn du durch den tunnel gegangen musst da unten ne ja bin ich ich wurde schon wieder getroffen ey das gibt's ja gar nicht ich bin grad richtig schlecht angreifer team komm jetzt aber so defenden das heißt wir müssen jetzt die ganze Zeit bei unserer hässlichen Standarte da rumstehen ne ja und versuchen dass äh niemand in die nähe kommt aber die Runde ist schon wieder vorbei defenden müssen wir jetzt wieder scheiße ey stirbscheiß Franzose ganz ehrlich ich hab keine gar keinen Nerv gehabt mit dir mich irgendwie zu messen das hat eh keinen Sinn boah wie schlecht ich einfach gerade nur bin ne jetzt gerade ja ich treffe ja auch nicht und ich werde nur getroffen ey ich hab glaube ich noch 0 Punkte in dieser Runde gemacht oh Lukas noch nicht mal Assist so ja und hier gammelt einer an der Base oder was so ne Lappen auf diesen scheiß Sniper Tower hier alter ja bleib stehen um zu zielen du Spasti hahaha da wo bist du ich bin grad bei dem vorderen Turm und bin wieder tot boah das kann nicht wahr sein ey ich bin grad so schlecht von Franzosen von was sagt man dazu Lukas man ich bin enttäuscht ja ich weiß ich bin ja auch enttäuscht vielleicht ein bisschen mehr von dir erwartet kommt noch ok jetzt sind wir Attackerteam ja und das spielst aber auch hier voller Action das hört ja gar nicht mal auf mit der Action wow mein ersten Punkt in der Runde oder was ah und jetzt geht's los oder was oh ne auch so als lecker Defender hier schon gedacht ich die noch nie gekillt habe das ist irgendwie taurig stehst du denn beide wo ich stehe wie ich stehe keine Ahnung ich hab 10 Punkte von noch ein paar zerquetschte ich glaub ich grad nur 4 Pfff Pfff und wir sind einfach so schlecht ne ohne Scheiß das ganze Team ist einfach nur gay ja Franzosen ja ne wenn ich so bei dir guck hast du nur Franzosen in deinem Team lächerlich und so willst du gewinnen ganz ehrlich ja ich hab mir das nicht ausgesucht oh man ja ich komm gar nicht bis drüber ey weil sie alle campen ey ja so da war auch schon nein Attacker Phase ist auch schon wieder vorbei ey ey ohne Scheiß ich bin so schlecht ne nächste Runde wird besser ist auch irgendwie ne scheiß Map finde ich ja die ist so komisch so schmal ja man läuft sich da immer entgegen ja mal gleich mal so 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 Deathmatch so Last Man Standing ja Badass Cliffhanger Mode mach mal gleich das will ich aber bevor er hier kommt schon genau wenn ich Attacker ist muss ich verdammt ja das holt ihr jetzt unter 100% scheiße gut gemacht du Frummm ja ich hatte den vor mir ich hab den aber nur einmal getroffen naja klar ja komm andere Map jetzt ja doch nicht hey erstmal hier Statistiken doch wins the match guck mir ja guck dir das an ach wie geil Punkte also hast du ein bisschen jetzt schon raus nö ach so gut du hast zwei Punkte vorne ach komm ich hab 14 Punkte oder 17 Punkte ja Skill das ist äh das ist kein Skill das ist Luck das ist ein besseres Team naja natürlich ja einfach geh ich dafür dass du nur Franzosen hast hehehe okay boah was ist das denn jetzt für ne Map alter 5 5 Türme einnehmen ey seid ihr verrückt alter wie geil aber ich kann grad nicht zurückschreiben hier so jo was mit mir los ich bin Spectator ne in welchem Team bist du? ich bin jetzt grad Team Rot ich bin auch bei Team Rot ja dann lass mal hier zusammen ein paar Leute ich bin ins Wasser gesprungen das ist kein Wasser das ist so ein Kraftfeld nein Wasser egal ich bin da reingesprungen ja lass mal sozusagen ein bisschen was töten ok und ha den ersten Attachierpunkt Gold man kann übrigens doch rennen indem man einfach diese Springtaste gedrückt hält ich dachte nur das wäre um den Flug so zu verlängern aber das kann nicht so scheiße bist du da? da hatte ich auch dich hier wo bist du? komm 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 wir haben was zu killen ja ok links lang mit den Spassi dahinter scheiß auf den Typen da ja ok jetzt sind wir sowieso in einer Verteidigerphase achso hier ist diese Plattform wo man glaube ich oder? Snipern kann? ja also irgendwo ja ja irgendwo kriegt man diesen diesen Sniper Schuss der sofort da ist und sofort tötet ja ich hab ihn ja damit kannst du übelst Kills abstauben ey war das einfach die ganze Zeit das wackelt hier oben das wackelt hier oben extrem ja ja ist schon nur ruhige Hand gefragt also nix für dich bleib am besten ich bin nicht so schlecht in Snipern so ich warte jetzt einfach hier ich bin zwar gerade Defender aber boah scheiße alle vier versemmelt ey ich bin der übelste Sniper Junge jeder Schuss ein Treffer ja würde ich gerne sehen wow wir versuchen ihn da von der anderen Ecke zu snipern du Hurensohn ach da oben da hocken sie ich hab sie gerade gesehen zwei tot guckt mit zwei Schützen zweimal hintereinander so und ich bin jetzt direkt beim Turm und Capture jetzt ja mach auch ich geb dir keine steckung Alter ich streck mal von oben auf die Schnauze nein egal ich hab ein paar Prozente geholt Junge die gehen in diesen scheiß schiefen Turm vom Pisa lang ne äh ich meine diese chinesische Mauer ich will jetzt auch mit dir verteidigen ja geh auch ah ok das meinst du mit wackeln ok wir sind Attackern dann lauf immer vor ja mach schnell hol mir noch kurz die 15 Sekunden da komm ich auch noch ich bin auch schon auf dem Weg ok nice was 15 Sekunden wieder komm das holen wir jetzt machen wir auch mach auch mach auch ah ich bin bei dir nein was war das denn jetzt oh ich wurde vom Sniper eliminiert so ein Spasti dann bin ich grad mal da dann kommt der Homo da um die Ecke aber egal das schaffen wir trotzdem oh kacke das war knapp Junge ich bin dritter was hat man dazu egal gar nichts ja ich ok wir sind Attacker ich geh trotzdem auf den Sniper Turm boah wie viel hier sind nein oh man da war ich nicht in der Nähe des Turms ja jetzt sind wir Verteidiger lass mir immer noch da um jetzt Arbeit Arbeit kommen sie auch direkt schon von der anderen Seite ey mh ok zack da ist einer stehen geblieben wie dumm kann man eigentlich durch das Gitter schießen ne ne probier's aus ja scheinbar nicht scheiße man scheiße werd ich vom anderen Sniper abgeknallt und da hab ich ihn da oben am Snipern ja ich hab grad den anderen Sniper gesnipert boah ich wollt grad den gar nicht in den Tunnel hier egal jetzt zieh ich die Scheiß noch durch den Aronimo alter ach da oben ich seh dich komm ich will den erledigen oh kacke oh nein le Schande oh von da noch vom Pfosten le Schande bitte? le Schande ja ehrlich egal komm ich geh ja wieder runter jetzt denn jetzt sind wir gleich angreifer na was sagt man dazu was war das denn? wozu sagt man was? ja ich hab grad jemanden gekillt dann hat er mich gekillt und ich hab mir den Namen gemerkt und zwar googlet den jetzt erstmal voll Hitler-Rache hier alles klar so ich hab den zuletzt hier im Tunnel gesehen wow hat der mich erschreckt alter ey es kommt mir so vor als würde ich hier ganz ja ich wurde auch von einem erwischt oder? die scheiß Sniperpunkte alter naja immerhin sind wir noch attackier Team komm müssen wir jetzt holen ja wenn das zu einfach wär man Junge so ein Turm ist gleich fertig und ein Turm hab ich dieser Guglet hat dich auch gekillt komm wow na komm ja wer ist auf dem sechsten Platz? ah ah ja das tut so gut nett ich bin noch ein 30er ne ja das Game man da spielst du episch ja das ist auch geil ich muss auch mal ein bisschen reinhauen hier ey siehst du mein Bild auf? siehst du? ne ich seh nur schwarz-grau kacke wir sind jetzt was? ich das ist dir doch nicht angezeigt noch gar nichts der der als erstes beim Turm ist bekommt dann einen attackiert also muss man mal so schnell wie möglich so ne scheiße ich stand doch da ey endlich komm jetzt neck ich mich von hinten wo sind die denn? ich seh gar nicht an welchem Turm die gerade stehen ach so an gar keinen ach oder so ne so halt schnell so einen Turm attackiere ich oh mann alter das Spiel ist voller so nervenkitzel so ne? was für schall jetzt bin ich runtergefallen wegen dem Spasti alter na ich hab zum Glück ihn nie erledigt ja das gewinnen wir locker wie geil wir hier schon aufholen nein krieg ich einen ab ey so eine Schande krieg ich noch einen ab ey von so einem Spacken aus der Entfernung ey von so einem scheiß Franzosen ne? naja die Nationalität ist mir eigentlich egal oooh ist das ne plöre gut man kriegt keinen Fallschaden ja so Defender ne immer noch attackiert ah ne auch geil sehr geil so ich hab den Sniper ausgeschaltet sehr gut jetzt den Typen der hier versucht Backload zu machen scheiße wir müssen schnell attackieren warum wackelt das denn hier so auf dem Sniper-Tor? nein ich war gerade da als die als äh umgeschaltet wurde auf Defender ey von wo denn jetzt? ach nein ach komm komm meine Sichtweite du scheiß Franzose äh da oben nein nicht nicht ins Kraftfeld ach scheiße ja bin ich einfach mal so gestorben komm schnell attackieren ja beide Sniper erwischt alles klar und zwar nacheinander war man dazu also ja wo sind die Gegner ah ich sehe dich soll ich die mal abschießen auch getroffen ich hab mich gespürt wow jetzt habe ich aufgepasst und wurde gekillt ja toll dafür hab ich zwei Lukas-Skills ich denke nicht bitte? ich denke nicht leider nein also ja campen da oben so rum zwei Sniper zum ersten und zum zum zweiten zum zweiten so ein Turm habe ich oh diese Spastis ne ich geh mir so auf den Sack ey ich hab einen getroffen ruhig blut er hat mich noch eliminiert du reagierst grad wie bei Bitrunner ja ja da kommt einer hoch zu dir oah moin der hat mir Angst gemacht ja deswegen hab ich das grad gesagt na komm wir brauchen nur einen einen Turm und einen so ein bisschen von dem anderen hör auf mich auf zu knallen du bist weißt was war das grad ah ne das war der G das war jetzt immer Verteidiger bitte? das ist immer Verteidiger lulululululululululul nein warum kriegt man eigentlich so wenig Punkte dafür wenn man so ein äh so ein Ding captchert also gar keine Punkte aber ich dann mit Verdammt, aber das dürfen wir jetzt nicht mehr verlieren, ne? Wir waren so übel zum, ähm, äh. Es ist so, als ob ich gegen ein paar Franzosen viel leben möchte. Ja, komm mal runter und helf mir, ey. Scheiße. Na, ist jetzt noch knapp. Ach, knapp. Wir brauchen einen Haschen. Komm, Lukas. Wo chillt ihr denn jetzt gerade? Scheiße, ist mich runtergefallen, ey. Egal, ich bin im Tun- im Tunnel. Ich bin jetzt da hier. Komm, kill hier für mich. Ich bin außerhalb der Map gefallen und ich weiß nicht, wie man hier wieder rauskommt, danke. Kann ich ja irgendwie raus aus dem Wasser? Glaube ich nicht. Ja, wir haben doch verloren, ne? Ne, Junge. Okay, nein, egal, ich bin besser als du. Das gibt mir den Trost. In dieser Runde warst du nur einen Punkt besser, ey. Mhm. Immerhin ein Punkt, ne? Ja, wenn du da oben die ganze Zeit campest. 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 So, dann machen wir in dieser Folge noch eine Runde. Okay, gut. Was machst du da hinten so alleine ohne mich? Ich capture einen, deswegen sind wir jetzt Attacker. So, ich habe mich jetzt geopfert für das ganze Team. Jetzt müssen wir aber auch nach vorne kommen und attackieren. Sonst wird das nämlich nichts. Ich bin schon wieder ins Wasser gefallen. Boah, auf unser Team ist überhaupt kein Verlass, ey. Ah, jetzt attackieren sie endlich, ey. Oh, wie, wie kann man denn hier aus dem Wasser raus? Wahrscheinlich gar nicht. Ja. Toll. Danke. Junge, was machen die alle hier oben, ey? Boah, solche Spasti. So ne Kack, ne? Doch. Ey, alle sind hier oben am Sniperpunkt, ey. Komm, bin ich da mal? Ja. Oh, voll die Division hier, Alter. Hitler. Ich bleib jetzt hier hinten. Drei, zwei, eins. Ich bin jetzt bei, bei der gegnerischen Basis, also falls jetzt jemand, falls wir in eine Attackierphase kommen sollten. Jo, gegen zwei, leck mich an der Kimmel. Ja, kannst du das etwa nicht, oder was? Wette? Kannst du das etwa nicht, oder was? Ja, Junge. Ich hoffe, du wärst so ein Über-Pro. Ja, bin ich auch, aber... Ja, komm. Dann beweist es da auch mal und spiel dir mal richtig. Gute Defender brauchen auch gute Sniper. So, jetzt hier ein nach dem anderen wieder wegmachen. Dahin, Sterne. Scheiße. Mach mal erst die weg, die am Turm sind. An unseren Türmen. Ich steh grad auf unserem Turm. Also auf die, die wir verteidigen müssen, meine ich. Ja, okay, ja, da bist du. Da geht noch einer. Oh, oh! Schieß nicht auf mich, Junge. Ja, wär ich doch gar keine Gegner... Ja, da war grad einer. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Das kann niemand. Ja, jetzt sind wir... Angreifer. Ich bleib trotzdem hier auf dem Tower, hä? Ja. Ja, jetzt auch ja gar nichts. Ich mein' ja nur. Nein. Fuck! Oh, scheiße, Lukas, Mann. Da kommt er mir entgegen, ey. Ja, Spaßi. Da kommt einer hoch gleich. Stirb. Da kommt einer hoch jetzt. Ich bin hier... Ach so. Ja, ich sehe dich. Mal ein bisschen Division und so. Da gibt's ja auch so'n Sniper-Punkt, ey. So, nochmal kurz den Timer zurückgesetzt. Warte für'n Timer zurückgesetzt. Ah ja, stimmt ja. Hab ich grad gesehen. Ola! Was geht da ab? So, den Turm haben wir. So, auf zum nächsten. Oh, warum wurde ich denn gesniper'ed? Wenn du Bock bist. Ich bin der Taker, da brauchen wir gute Feldmenschen und keine Sniper. Du wurdest gerade erstmal gekillt. Ich wurde nicht gekillt. Noch nicht. Jetzt wurde ich gekillt vom Sniper. Aber egal, ich hab ordentlich Punkte geholt. Solltest du vielleicht auch machen. Ah, dann musst du einfach mal hochgehen. Alle töten. Ja, dann mach das doch mal. Ja, ich bin grad dabei. Ja, mach auch. Junge, ich mach auch. Ja, dann mach doch auch. Ich sehe noch keine Taten. So, da haben wir jetzt ein paar Sniper zu sterben hier. Ja, da sind ja gar keine mehr. Oh, ich hab Angst. Oh, toll. War ich grad auf dem Gegneruschen Sniper Tower und dann kommt da so ein blauer Spasti hoch und... Ja, muss aufpassen, ne? Boah, ist mich wieder ins Wasser gesprungen, Alter. Ja, egal. War Slack. Egal. Hätte gerade auch kurz ein. Da ist Lukas, ich verfolge dir einfach mal. Ja. War einfach ein bisschen... Oh, Junge von hinten. Dich verfolgt jemand. Ja, es geht nur um die Punkte, ne? Das weißt du aber. Wenn ich zurückgucke, dann verliere ich an Geschwindigkeit. Komm, das haben wir jetzt. 2% noch. Und ins Kraftfeld. Egal. Wuhu! Okay, ich würd sagen, damit endet die Runde. Ich hab einen Punkt mehr als du in dieser Runde. Wie? Warte, was? Ja. Das kann doch gar nicht sein, ne. Nein, 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 nein. Doch, also Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.